Nein, ich finde es begrüßenswert, dass die Unternehmer sich also auch für die Hintergründe der derzeitigen Krisen in der arabisch-islamischen Welt interessieren. Und von mir kann man ja nicht erwarten, dass sich konformistisch reden werden. Also es wird keine political correctness stattfinden. Im Übrigen trifft es sich ganz gut. Ich fliege morgen nach dem Irak, nach Najaf und treffe dort die große Ayatollahs, die da sind. Ich weiß nicht, wie die Einladung zustande gekommen ist, aber die ist genauso eigenartig, wie die um Weihnachten herum die Einladung nach Damaskus bekommen haben, um ein Gespräch mit dem Präsidenten Assad zu führen. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, was jetzt im Irak sein wird. Mich interessiert das natürlich. Ich mache meinen Beruf. Leute haben immer gefragt, was ist hier ein Hobby. Mein Hobby ist mein Beruf. Und man sammelt ja immer neue Erkenntnisse. Und wenn es mir gelingt, dass ich hoffe, in Najaf den große Ayatollahs-Tistani zu sehen, den hat praktisch noch niemand gesehen bisher. Und das spielt eine ungeheure Rolle, hat einen ungeheuren Einfluss auf die ganze schiitische Gemeinde über den Irak hinaus. Und da kann man auch theologische Vergleiche anknüpfen mit der Khomeini-Revolution, die ich ja sehr nahe erlebt habe. Und wie gesagt, was die Berichterstattung über den sogenannten arabischen Frühling betrifft, bin ich von Anfang an skeptisch gewesen. Man soll also nicht davon ausgehen, dass die nicht-europäischen Länder unsere Formen, unsere Lebensformen übernehmen. Auch nicht unsere Form der Demokratie. Auch wenn freie Wahlen stattfinden, wir sehen es hier in Ägypten und Tunesien, es werden dann eben immer doch islamische Parteien gewählt. Und die Gesellschaftsform wird eine andere bleiben. Also die Zeit, wo Europa, kann man sagen, mit Nordamerika, der übrigen Welt, sagen wir, den Lebensstil diktierte oder vorschreiben konnte, die ist vorbei. Und da müssen wir uns auch darauf einstellen. Die wirtschaftliche Beziehung kann man durchaus führen, die sind auch am Handel interessiert. Es ist nur eben der große Unterschied, ob man das mit sehr armen Ländern zu tun hat, wie Ägypten. Das übervölkert ist und keine natürlichen Reichtümer hat. Auch Tunesien hat da wenig zu bieten oder potenziell reichen Ländern wie Syrien oder der Irak, die natürlich von Erdöl strotzen und wo man große Projekte ins Auge fassen kann. Auch Algerien ist in der Beziehung begünstigt. Nur, eines darf man nicht vergessen, das ist alles noch ein sehr schwankender Boden. Und wir sollen nicht meinen, dass wir auch mit unseren wirtschaftlichen Vorstellungen dort immer Anklang finden werden. Ich hoffe, dass die Israeli klug genug sein werden, keine Bombardierungen vorzunehmen. Ich stehe da nicht allein, dass die, sagen wir, ein Teil der amerikanischen Generalität ist völlig dagegen. Der frühere Chef des Mossad, Dagan in Israel, ist schärfstens dagegen. Nämlich die Folgen dieser Bombardierung wären unabsehbar. Man soll die Iraner nicht unterschätzen. Die können zurückschlagen und können vor allem im persischen Golf und der Strafe von Hormuz eine Situation schaffen mit versenkten Tankern, die dann auf einmal die Erdölpreise ungeheuer in die Höhe treiben würden und eine Weltwirtschaftskrise dann wirklich auslösen würden. Ja, ich stehe auf politische Aspekte rein und da wir im Orient sind, im Islamischen Reich, dort ist die Politik von der Religion nie zu trennen. Also das Prinzip Din Wadaula, wie es heißt, Religion und Staat, steht da nicht im Koran drin. Aber es ist doch tief in die Menschen eingedrungen und hat eine viel größere Bedeutung, als es jemals im Abendland gehabt hat. Wir sollten auf jeden Fall den Kontakt halten. Wir sollten aber nicht dauernd immer als Moralprediger auftreten. Erstens haben wir dazu keine Berechtigung, zweitens haben wir dazu keine Wirkung, eher eine negative. Und wir sollten uns im Grunde engagieren, auch im Interesse der dortigen Länder, aber doch auch unsere Distanz halten. Und nicht meinen, wir müssen in allen Dingen damit herummischen und für neue Regime sorgen, die dann doch nicht so aussehen werden, wie wir sie uns vorstellen. Da gibt es diese immens reichen Scheichs am Golf, die hier sehr geschätzt werden und sehr überschätzt werden, meiner Ansicht nach. Aber die im Moment, Saudi-Arabien ist natürlich ein anderes Potenzial. Aber das ist im Grunde der Teil der arabischen Welt, der bei uns ja am meisten gepriesen wird. Und man muss sagen, es ist im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung, auf die religiösen Bestimmungen, auch gegenüber den Frauen und so weiter, sind es die rückständigsten Länder. Naja, und insofern kommt dann doch der Eindruck der Heuchtelei ein bisschen auf, wenn der Westen eben nur mit den Ländern kooperiert, die auch, sagen wir mal, nicht über die entsprechenden moralischen Voraussetzungen, sondern über den Reichtum an Mineralien, vor allem an Erdöl, verfügen.